wenn ihr windows 10 neu installieren wollt dann braucht ihr am besten die windows 10 punkt iso da gibt es verschiedene quellen wo man die her bekommen kann am schönsten ist natürlich die direkt von microsoft zu bekommen da kann man hoffentlich einigermaßen davon ausgehen dass da nichts virenverseucht oder sowas ist deshalb hier microsoft blöd ist immer nur die bieten einem nur so ein tool an zum download also ein tool das dann die iso halt herunterladen kann ja finde ich natürlich toll dass man extra tool brauche hätten auch direkt den link bereitstellen können und genau wie an diesem link kommt das zeige ich euch jetzt dazu habe ich links einmal in firefox und rechts einmal den chrome offen bin jetzt auch auf beiden browsern nochmal auf der seite hur.net und die zeigt uns netterweise an dass wir auf einem windows 10 betriebssystem sind und genau das ist das problem sobald er browser hier kennt also die webseite von microsoft erkennt dass wir hier mit einem windows betriebssystem vorbeikommen dann sagt er tja für dich habe ich leider nur dieses tool um die iso herunterzuladen wenn man jetzt aber zum beispiel im handy betriebssystem auf diese gleiche seite geht dann kann man diese iso halt direkt runterladen und genau das wollen wir jetzt erzwingen links einmal im firefox fangen wir damit an da habe ich hier das ganze den ganzen text findet in der video beschreibung einmal hier baut konfig aufmachen also in der adresszelle eingeben mit ender bestätigen hier sagen wir das risiko akzeptieren und was wir jetzt brauchen ist dieser wert general user agent override ja dann einfach mal suchen ihr werdet wahrscheinlich nichts finden das macht aber nichts deshalb gehen wir hier auf rein machen wir ins leere fältchen rechtsklick new und string und hier geben wir genau den dann ein und dann will er einen wert dafür haben als wert nehmen wir genau was hier steht auch wieder kopieren einfach copy und paste hier rein und ok so was passiert ja jetzt einmal mit f5 neu laden und was seht ihr hier ich da kann direkt die editions auswahl vornehmen nehmen jetzt hier also zum beispiel windows 10 die neueste version von 2019 sag nochmal bestätigen und hier kann ich dann nochmal die sprache zum beispiel deutsch auswählen und klick auch noch mal auf bestätigen jetzt kann ich die 64 oder 32 bit version eben herunterladen seht ihr hier 4,6 gigabyte direkt die iso breche ich hier einmal ab und wenn ich das ganze hier durchgeführt habe würde ich euch auch empfehlen das wieder leer einzustellen nicht leer einzustellen entschuldigung reset dann geht er auf default hier sieht man nämlich sonst unknown so und jetzt bin ich wieder auf windows 10 also rechtsklick reset und nicht einfach leer machen so wie ich das gemacht habe so wie geht das bei chrome da geht es ein bisschen eleganter meinung meinung nach hier bin ich jetzt immer noch auf tool jetzt herunterladen ich mache jetzt hier ein rechtsklick rein gehe hier auf untersuchen dann komme ich in diese entwickleroptionen hier oben klicke ich auf diese drei pünktchen more tools und network conditions so und hier unten das interessiert uns jetzt network throttling nein user agent select automatically nein raus und hier können wir jetzt einfach blackberry zum beispiel auswählen das war nämlich genau den den ich mir vorhin auch da raus kopiert hatte ich werde also das blackberry aus gemacht das ganze mal vielleicht ein bisschen groß hier und einmal 5 neu laden und jetzt habe ich hier den gleichen spaß den ich auch in firefox hatte einmal die editions auswahl bestätigen dann die produktsprache auf deutsch und jetzt kann ich wieder 64 oder 32 bit herunterladen hier unten fängt er schon an ich spreche jetzt hier wieder ab an der stelle das schöne hier ist einfach man muss nicht in den ganzen optionen rumfuschen wenn ich das fenster hier wieder zu mache oder hier ist den button wieder klicke dann ist die änderung zurück finde ich ein schöner als im firefox aber ist ja beides schnelle lösung von daher so schafft ihr es windows 10 ohne dieses extra microsoft tool herunterzuladen